Hallo und herzlich willkommen, euer Wiesel am Start jetzt hat es wieder schon länger kein Video mehr gegeben und es werden jetzt auch noch nicht so viele Videos kommen da ich psychisch dabei sehr belastet bin aber da ich letztes Mal nicht zum Rauchen aufhören habe können mache ich diesmal die 30 Tages Rauchfrei Challenge die Challenge wird so ablaufen ich schaue, dass ich 30 Tage keine einzige Zigarette rauche und falls ich einer rauchen sollte tue ich mit Videobeweis 100 Euro an eine bestimmte Organisation spenden also liebe Leute, wünscht mir Glück und ja, das war es wieder mit eurem Wizard bleibt fresh und peace out w w w w Bis zum nächsten Mal.